David, ich fahre jetzt spazieren da. Das sind keine Hotlabs von ihm, das sind Warmlabs. Das war ein Hotlabs. Ja, David Kulver ist mir auf den Spinn, und ich habe mir gedacht, dass ich ein Kind habe. Du bist in Kontrolle, du bist ein Helikopter Pilot, all die tollen Dinge du hast. Du bist immer in der Position, dass ich jetzt gehen und ich nicht gehen kann. Das wird nicht passieren heute? Wenn du da bist, du bist wie das. Vielleicht kannst du mich auf den Helm. Aber ich habe keine Steeren. Nicht heute. Okay. Du bist immer. Du bist immer. Untertitelung des ZDF, 2020